servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal ich bin wieder am start jetzt auch wieder täglich zum launch von patch 10.1 bevor es mit allem losgeht wünsche ich euch erstmal einen hervorragenden patch day gleichzeitig gucken wir uns jetzt natürlich in den kommenden tagen und wochen immer immer mehr videos und specials und sonstwas zu patch 10.1 an heute geht es um das thema bekommen die draktür ein legendary in patch 10.1 viele viele sachen sind geschehen die wohl darauf hindeuten wir gucken uns die spekulationen an wichtiger hinweis auch noch wenn ihr nichts verpassen wollt an news spekulationen guides tipps tricks lasst bitte sehr sehr gerne ein like und ein abo da vor allem das abo das hilft mir enormst weiter und immer noch knapp 70 prozent aller leute die hier zu schauen haben nicht abonniert also holt ihr das sehr sehr gerne nach damit unterstützt ihr mich kostet auch nichts und wer mag kann auch noch eine mitgliedschaft abschließen aber das muss natürlich nie sein wir kommen rein zum thema das ist übers wochenende aufgeploppt ich war ja im geburtstagskurzurlaub quasi und dabei gab es jetzt mehrere themen ich fasse die auch für euch in diesem video mal zusammen dementsprechend gab es wohl relativ viele spekulationen die darauf hindeuteten dass die draktür ein legendary bekommen erstens ging es los mit dem loot für zarkareth da hatte nämlich ian hasi coasters gesagt in diesem interview wo ich auch dabei war evokers will probably be interested in what commander zarkareth may have for them when we get there though also evoker dürften ziemlich gespannt sein auf den loot vom end boss des neuen raids allerdings in den loot sources ist jetzt nicht so viel drin was für die evoker only wäre sozusagen gar nichts und dementsprechend kann es durchaus sein dass das worauf die evoker laut hasi coasters gespannt sein sollen noch gar nicht sichtbar wahr damit kommen wir zum nächsten punkt datamining wowhead.com hat per datamining ein paar strings entdeckt die auf den namen 10.1 draktür legendary hören da stehen dann so ein paar sachen dahinter wo ich ehrlich gesagt auch nicht weiß was die jetzt machen und was nicht aber es gibt in den spieldateien abschnitte die einfach nach draktür legendary benannt sind also ein sehr wie soll ich sagen ja ein sehr ordentliches zeichen dafür dass das sein könnte behaltet bitte noch im auge das video habe ich gestern abend spät aufgenommen und dementsprechend ich glaube nicht dass zum jetzigen zeitpunkt das rätsel schon diesbezüglich gelöst wurde es sind natürlich alles noch spekulationen aber es ist was es steckt was dahinter sagen wir es mal so dann gibt es profession recipes rezepte die noch geheim sind und dabei auch in dem interview wo ich zuletzt da war am wann war das 27 april oder so da hat herr hasi coasters gesagt es sind noch zwei drei sachen bei den berufen im patch die wir auf dem ptr noch nicht sehen können weil sie verschlüsselt waren dementsprechend hat auch wieder von wowhead jemand herausgefunden dass es wohl drei rezepte gibt und hier three encrypted crafting data crafting order records die sehr sehr teure rezepte sind also wir sehen hier eins mit dieser 25 erwachter ordnung hier teilweise mit 20 epischen diamanten hier mit teilweise noch encrypteten also verschlüsselten reagentien von manchen werden 240 benötigt das muss jetzt natürlich nicht auf legendary hindeuten kann ja auch alles andere sein aber es kann gut sein dass ihr vielleicht für dieses legendary diese crafting reagentien benötigt und woanders als sonst als bei einem legendary könnten diese sachen halt extrem teuer sein wir sind mal gespannt und dazu ebenfalls noch interessant das ist jetzt das was hier nicht mit drin steht aber dazu hatte ich vor einiger zeit ein video gemacht und das war dieses thema hier dass blizzard auf dem ptr legendäre questmarker und icons zu den spieldateien hinzugefügt hat das hat jetzt wowhead in dem artikel nicht mit aufgeführt darüber hatten wir aber damals schon ein video gemacht und es war halt nie klar wozu gehören diese questmarker sie wurden neu fürs spiel ja zur optik der anderen zeichen angepasst aber wie gesagt wozu die gehörten keine ahnung und ich würde jetzt mal behaupten in dem fall würde sich das ganze ziemlich gut anbieten wir haben dann hier drunter auch noch so ein paar weitere spekulationen anhand der lore und so weiter und so fort aber am ende sehen wir auch wohl dass endboss zarkareth ein item hier von sich droppt zerstört was er getragen hat was gut aus sein könnte was wir dann in einer questline bzw die evoker wieder aufmöbeln und dementsprechend selber als legendary benutzen allerdings jetzt kommen wir noch zum nächsten punkt kurz nachdem wowhead diese ganze spekulation gepostet hatte ist dieses bild hier aufgetaucht ich habe keine ahnung woher die leute das haben aber es ist eine faustwaffe aufgetaucht die nasuru the unbound legendary heißt äh legacy nicht legendary eine faustwaffe nur für evoker die eben legendär ist sprich mit etwas höherem item level ziemlich nicen stats verser mastery und einem effekt your empower spells activate the order magic within releasing a sphere of order that seeks a powerful ally increasing their primary stat by 500 and speed by 600 for 10 seconds also in dem fall sieht es so aus als wäre dieser effekt nicht ziemlich ziemlich krass für den evoker selber sondern für spieler in der nähe ähm und es steht ja auch drin eine sphere of order also eine sphäre der ordnung was vielleicht dazu passen würde dass man für dieses rezept da paarundzwanzig erweckte ordnung brauchte und in dem fall wird eine orb durch eure empowerten spells aufgerufen die zu einem verbündeten geht dem oder dessen primary stat für 500 erhöht und den movement speed auch nochmal um 600 für 10 sekunden also das ding ist für den evoker so schon stark aufgrund des hohen item levels das muss man einfach ganz klar so sagen aber es macht halt die raid member drumherum auch nochmal ziemlich gut und das finde ich ist eine ganz interessante geschichte da man hier so ein bisschen wenn das so kommt ausgleichen würde von wegen oh toll der das legendary der schießt jetzt allen davon im damage und sonst was sie ist besser als normale waffe ja aber auch nicht weiß nicht 40.000 dps als doofes beispiel besser sondern sie bufft halt die mitspieler und nicht den evoker noch zusätzlich ähm ansonsten könntest du davon ausgehen mit dem erhöhten main stat und dann noch wer der effekt weiß nicht deine angriffe machen 50.000 extra schaden dann würde der evoker halt locker im damage davon ziehen und so ist es glaube ich ziemlich balanced für den gesamten raid also sehr sehr nice geschichte ich bin mal gespannt was dahinter steckt und es würde halt auch wieder passen zu diesen ja handschuhen die sakareth was wir eben in dem bild gesehen haben am ende des fights droppt eine faustwaffe würde alles ziemlich gut passen es sieht sehr sehr ordentlich aus bis hierhin ähm gucken wir mal was uns erwartet damit viel spaß in patch 10.1 bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen bis zum nächsten video habt ihr